Ja, hallo liebe Geschwister, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ein Video über einen Blogartikel, den ich entdeckt habe. Ein wunderbarer Artikel, der nochmal die wahre Position des Gottessohnes Jesus Christus aufzeigt. Die Seite vom Ersteller ist in der Infobox verlinkt, genauso wie der Originalartikel selbst, der in der englischen Sprache ist. Viele meiner bisherigen Annahmen wurden mir dort nochmals bestätigt. Also A, Jesus hat einen Anfang vor den Welten und B, er wurde vom Vater gezeugt und nicht erschaffen. Das heißt, Gott hat seinen richtigen und einzigen Sohn für uns gegeben. Sohn Gottes ist nicht nur ein Titel, wie von vielen angenommen, sondern ist genauso gemeint, wie es die Heilige Schrift lehrt. In dem Artikel geht es darum zu zeigen, dass auch Unitarier mit ihren Annahmen zum Gottesbild etwas Zentrales außer Acht lassen. Den wahren Sohn Gottes. Mein Channel auf YouTube galt erstmals, die Irrlehre der Trinität aufzudecken. Das sollte inzwischen mit knapp 40 Videos auch erstmal reichen. Nun möchte ich aber auch etwas tiefer in die Schrift gehen, um zu zeigen, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern zuvor beim Vater war, bevor den Welten bzw. bevor er vollständig Mensch wurde. Kurz noch zum Verständnis, um die Unterschiede festzumachen. Trinitarier machen den Sohn größer oder gleich dem Vater. Andere ordnen ihn sogar unter den Vater, was biblisch richtig wäre. Aber trotzdem sind sie der Meinung, dass Jesus, der Sohn Gottes, von Ewigkeit her beim Vater war bzw. ist und deswegen keinen Anfang hatte. Jesus hatte aber einen Anfang, laut Offenbarung 3,14, nicht auf 5,1, Kolosse 1, 15,18 zum Beispiel. Unitarier dagegen halten sich an die Hierarchie, glauben, dass der Sohn nicht von Ewigkeit her ist, aber machen den Sohn lediglich zu einem erschaffenen Menschen, der in Gottes Plan war und zur festgelegten Zeit von der Jungfrau Maria geboren wurde. Jesus ist der Sohn Gottes, aber trägt diesen nur als Titel, da er laut unitarischem Verständnis nicht wirklich von Gott abstammt, was aber eben der Fall ist. Wir sehen also, a. Trinitarier machen den Sohn Gottes womöglich größer als er ist und b. Unitarier machen den Sohn Gottes geringer als er ist. Und genau hier möchte ich anfangen, von dem Artikel vorzulesen. Falls ihr den Artikel selbst lesen möchtet, ladet ihn euch einfach herunter. Link ist in der Infobox. Zum Ende habe ich noch ein paar wichtige Punkte, die man sich vielleicht nochmal zu Herzen nehmen sollte. Also, fangen wir an mit dem Blogartikel. Übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Die biblischen Unitarier haben dem modernen Christentum einen wertvollen Dienst erwiesen, indem sie auf die zahlreichen Fehler und Widersprüche des römischen Trinitarismus hingewiesen haben. Durch die Betonung des vollen Menschseins Jesu haben die Unitarier zu Recht den persönlichen Kampf Jesu und seinen endgültigen Sieg bei der Überwindung der menschlichen Schwächen und Versuchungen, denen wir alle ausgesetzt sind mit der Kraft von Gottes heiligem Geist oder Atem, der uns allen zur Verfügung steht, hervorgehoben. Die Betonung des vollen Menschseins Jesu und seiner völligen Abhängigkeit von seinem Vater anstelle einer angeblichen, verdeckten, inhärenten Göttlichkeit ist das perfekte Muster, dem wir folgen können, da keiner von uns eine solche verdeckte Göttlichkeit hat, die der Trinitarismus für Jesus Christus voraussetzt. Er war genau wie wir mit all den gleichen Schwächen. In ihrem Eifer, die Einheit Gottes zu verteidigen, haben die biblischen Unitarier jedoch die Hauptmotivation für die Liebe zu dem einen wahren Gott und die treue Befolgung des Musters, das durch den demütigen Gehorsam seines Sohnes geschaffen wurde, verdunkelt. Philippa 2, 5-8 sagt, Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war gottgleich, hielt aber nicht daran fest, gottgleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Zwischen der Realität des göttlichen Gottessohnes und der vollständigen Menschlichkeit des Menschensohnes Jesus besteht eine unüberwindbare Kluft. Was Gott tat, indem er seinen eingeborenen Sohn aufgab und was sein Sohn tat, indem er sich entschied, sich der Gleichheit mit Gott in der Natur zu entledigen, um sich wie wir in Staub zu verwandeln. Beides sollte eine Reaktion auslösen, die auf keine andere Weise erreicht werden kann. Wir brauchen den richtigen Blick für die Tiefe der Liebe Gottes zu seinem Sohn und zu uns und wir brauchen ein richtiges Verständnis für die völlige Demut und Selbstaufopferung von Gottes eingeborenen Sohn. Es bedurfte der freien Entscheidung und der Zusammenarbeit von Vater und Sohn, um die Kluft zu überwinden, die die sündige Menschheit von dem Gott, der uns geschaffen hat. In dem sie die Präexistenz und damit die ursprüngliche Göttlichkeit des Gottessohnes leugnen, versuchen die Unitarier zwangsläufig die wahre Selbstentäußerung des göttlichen Gottessohnes zu erklären. Damit schmälern sie die Hauptmotivation für die Liebe zu Gott. Johannes schrieb, Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Unsere Liebe zu Gott ist eine Reaktion, die dadurch hervorgerufen wird, dass wir seine erwiesene Liebe zu uns begreifen und dann darauf antworten. Die Tiefe der Liebe Gottes hat sich darin gezeigt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Unsere eigene gegenseitige Liebe zu Gott ist durch die selbst auferlegten Grenzen unseres Verständnisses und unserer Akzeptanz der Liebe Gottes zu uns begrenzt. Unsere Gemeinschaft mit Gott gründet sich auf unsere gemeinsame gegenseitige Liebe. Aber unsere volle Antwort auf Gottes Liebe ist nur möglich, wenn wir die Tiefe seiner Liebe zu uns begreifen, die sich darin zeigt, was unsere Erlösung Gott persönlich gekostet hat. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. Der unitarische Jesus ist ein ganz besonderer Mensch, der durch ein Wunder Gottes von einer Jungfrau geboren wurde. Aber auch Isaac war ein besonderer Mensch, der durch ein Wunder Gottes in einem unfruchtbaren Schoß geboren wurde. Eva war eine besondere Frau, die von Gott aus Adams eigenen Fleisch geschaffen wurde. In der Tat sind alle Menschen etwas Besonderes, hervorgebracht durch das göttliche Wunder der Zeugung aus dem ursprünglichen Paar. Für die Unitarier ist Jesus nur Gottes Sohn. Durch Adoption, nicht durch echte Zeugung. Auch die Christen sind Gottes Söhne durch Adoption. Es kostete Gott nichts, Eva zu erschaffen oder das Wunder im unfruchtbaren Schoß von Sarah zu vollbringen. Für die Unitarier hat es Gott nichts gekostet, im Schoß der Jungfrau Maria ein Wunder zu schaffen. Jesus ist also nicht einzigartig in seiner Beziehung zu Gott. Er ist nur eines von vielen Geschöpfen Gottes. Als Jesus als Opfer für unsere Sünden gehorsam bis zum Tod war, kostete das Gott nicht mehr, als wenn Abel ermordet wurde, weil er gerecht war. Warum sollte Gott über den Tod Jesu mehr trauern als über jeden anderen seiner Diener? Das würde er nicht. Das liegt daran, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen einem Vater, der seinen eingeborenen Sohn aufgibt, der aus seinem eigenen Körper stammt, um andere zu retten, und einem Handwerker, der etwas aufgibt, das er mit seinen Händen geschaffen hat, um andere zu retten. Ja, ein adoptierter Sohn ist für einen Vater wertvoll. Aber ein gezeugter Sohn ist anders. Er ist tatsächlich ein Teil des eigenen Fleisches seines Vaters. Und ein eingeborener Sohn ist bei weitem das Wertvollste, was ein Vater haben kann. Er ist nicht nur ein Teil von ihm selbst, sondern der Einzige, der eine solche Beziehung hat. Die Trauer über den Verlust eines eingeborenen Kindes wurde deutlich, als Jesus bei der Beerdigung des eingeborenen Sohnes einer Witwe großes Mitleid hatte, ihn von den Toten auferweckte und ihn seiner Mutter lebendig übergab. Aber selbst diese Art von Trauer ist kein Vergleich zu einem Vater, der seinen eingeborenen Sohn stellvertretend für andere in einen brutalen Tod schickt. Abrahams innerer Kampf war zweifellos, erdrückend, als er das Messer erhob, um es auf Gottes Befehl hin in seinen eigenen eingeborenen Sohn zu stechen. Warum stellte Gott Abraham auf diese brutale Weise auf die Probe und ließ ihm dabei so viel Leid ertragen? Wollte er damit nur seinen Glauben prüfen? In der Tat sollte er sehen, ob sein Vertrauen in Gott sogar sein intensives Mitgefühl für seinen eigenen eingeborenen Sohn überwinden konnte. Gott wollte Abraham etwas mitteilen, seinen eigenen persönlichen Kampf, was es für Gott als Vater bedeutete, seinen eingeborenen Sohn als Opfer für die Sünden seiner Geschöpfe in den Tod zu schicken. In dieser einzigen Glaubensprüfung lernte Abraham Gott auf eine wirklich intime Weise kennen. Er teilte Gottes eigenen Kummer. Doch dann erfuhr er die große Erleichterung, als Isaac verschont und ein anderer an seiner Stelle getötet wurde. Abraham musste die Tat nicht wirklich ausführen, aber Gott tat es. Diese Erfahrung motivierte Abraham in seiner Liebe zu Gott. Deshalb ist es so wichtig, richtig zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit er für uns stirbt. Es geht um die Tiefe unserer Liebe zu Gott und um die notwendige Motivation, die sie uns gibt. Sowohl Johannes als auch Paulus treiben die Liebe des Gottessohnes zu uns weit über sein bloßes Märtyrertum oder sein Leben für seine Freunde hinaus, wozu jeder Mensch fähig ist und viele es getan haben. Aber dies ist nur das ultimative Opfer, zu dem Menschen fähig sind. Und Gott und sein eingeborener Sohn haben viel mehr gezeigt. So wie Paulus die Philippe aufforderte, dem Geist Christi, der sich in seiner Selbstentäußerung zeigte, nachzueifern, So forderte er auch die Korinther auf, aufopferungsvoll mit den verarmten Gläubigen in Judäa zu teilen. 2. Korinther 8, 8-9 sagt Hier beruft sich Paulus auf etwas, das Jesus Christus getan hat. Nachdem er reich war, entschied er sich, arm zu werden, damit wir durch seine Armut reich werden können. Das wirft die Frage auf, wann war Jesus Christus früher reich und wann ist er arm geworden? Wir wissen, welche Art von Reichtum wir mit Christus im Reich Gottes teilen werden. Doch Jesus wurde in einer Krippe geboren und stammte aus einer Familie mit bescheidenen Mitteln. Er wuchs als Zimmermannslehrling auf. Während seines Dienstes war er praktisch obdachlos. Es ist also offensichtlich, dass er vom Beginn seines Lebens auf der Erde an arm war. Wie konnte Paulus dann von den Korinthern erwarten, dass sie Christus als Beispiel dafür nehmen, dass sie ihren Reichtum weggeben, um anderen zu helfen? Beachten Sie, dass Paulus keine allegorische Auslegung seiner Worte vorschlägt. Er erwartete von den Korinthern, dass sie sie für bare Münze nehmen. Genau das gleiche tat er mit den Philippern. Die Ungeheuerlichkeit des Opfers des Sohnes Gottes, der in der Gestalt Gottes und Gott gleich war und all das aufgab, um ganz Mensch zu werden, ist wirklich jenseits des menschlichen Verständnisses. Dies ist besonders bedeutsam, da Jesus Christus auch in seinem auferstandenen Zustand zur Rechten Gottes im Fleisch bleibt, als Menschensohn wiederkommen und als Same Davids nach dem Fleisch regieren wird. Er wird immer ganz Mensch sein, nur auferweckt und verherrlicht, wie es in Gottes Verheißung an uns steht. Die Bereitschaft Christi, an unserer Stelle zu sterben, war in der Tat ein großes Opfer, das nicht geschmälert werden sollte. Doch er wusste, dass er nicht lange tot bleiben würde. Er wusste, dass Gott ihn am dritten Tag wieder zum Leben erwecken würde. Außerdem werden alle Menschen sterben. Auch Christen haben die Hoffnung und die Verheißung der Auferstehung. Viele Menschen sind Märtyrer gewesen und haben für eine Sache, an die sie geglaubt haben, ebenso viel körperlichen Schmerz ertragen. Der Tod Jesu als Mensch war nicht einzigartig, aber das Opfer, von dem Paulus sowohl in 2. Korinther 8 als auch in Philippa 2 spricht, war viel größer, als es ein bloßer Mensch erfahren hat oder erfahren kann. Als der eingeborene Sohn Gottes seine Göttlichkeit und seine Wesensgleichheit mit Gott opferte, um der aus Staub bestehenden Menschheit gleich zu werden, war dies ein dauerhaftes Opfer. Jesus wird für immer ein auferstandener Mensch aus Fleisch und Blut sein. Es gibt kein Zurück zur Gestalt Gottes oder zur Gleichheit mit Gott. Das erinnert mich an eine schöne Passage in einem frühchristlichen evangelistischen Brief, dem Brief des Matates an Diognetus. Die Art der Zuneigung zu Gott und seinem Sohn, die sowohl Paulus als auch Johannes so deutlich zum Ausdruck bringen, ist in dieser Passage offensichtlich. Zitat Als aber unsere Bosheit ihren Höhepunkt erreicht hatte und deutlich gezeigt worden war, dass ihr Lohn, Strafe und Tod über uns drohte und als die Zeit gekommen war, die Gott vorherbestimmt hatte, um seine Güte und Macht zu offenbaren, wie die eine Liebe Gottes, die sich über die Menschen erhebt, uns nicht mit Hass betrachtete, uns nicht von sich stieß und nicht an unsere Schuld gegen uns dachte, sondern große Langmut zeigte und uns ertrug. Er hat selbst die Last unserer Missetaten auf sich genommen und seinen eigenen Sohn als Lösegeld für uns gegeben, den Heiligen für die Übertreter, den Schuldlosen für die Gottlosen, den Gerechten für die Ungerechten, den Unvergänglichen für die Verweslichen, den Unsterblichen für die Sterblichen. Denn was anderes konnte unsere Sünden bedecken als seine Gerechtigkeit? Durch welchen anderen konnten wir, die Bösen und Gottlosen, gerechtfertigt werden, als durch den einzigen Sohn Gottes. Oh süßer Tausch, oh unausforschliche Wirkung, oh Wohltat, die alles erwartend übersteigt, dass die Bosheit vieler in einem einzigen Gerechten verborgen ist und dass die Gerechtigkeit eines einzigen vieler Übertreter rechtfertigt. Nachdem er uns also früher davon überzeugt hat, dass unsere Natur unfähig ist, das Leben zu erlangen und nachdem er uns jetzt, den Erlöser offenbarter, der fähig ist, auch das zu retten, was früher unmöglich zu retten war, wollte er uns durch diese beiden Tatsachen dazu bringen, auf seine Güte zu vertrauen und ihn als unseren Ernährer und Vater zu betrachten, Lehrer, Ratgeber, Heiler, unsere Weisheit, unser Licht, unsere Ehre, unsere Herrlichkeit, unsere Kraft und unser Leben, damit wir uns nicht um Kleidung und Nahrung sorgen müssen. Zitat Ende. Die Unitarier berauben sich selbst und ihre Konvertiten der vollen Erkenntnis der Liebe, die Gott zu uns hat, wie sie oben beschrieben ist. Er selbst hat die Last unserer Sünden auf sich genommen und seinen eigenen Sohn als Lösegeld für uns gegeben. Abraham bekam nur einen flüchtigen Eindruck davon, wie das für Gott war. Und die frühen Christen, insbesondere durch die Lehre von Paulus und Johannes, verstanden das unermessliche Opfer des Sohnes Gottes für uns. Das gab ihnen den Mut, den wilden Tieren ins Auge zu sehen und ruhig zu bleiben, als sie auf den Scheiterhaufen verbrannt wurden, den Blick zum Himmel gerichtet, wie Stephanus. Es ist diese Art von Erkenntnis, die uns motivieren wird, uns der bevorstehenden Prüfung zu stellen. Im Johannesevangelium gibt es viele Aussagen darüber, dass Jesus vom Himmel gekommen ist, um den Willen des Vaters zu tun. Alle diese Aussagen verweisen auf das große Opfer, das Paulus in Philippa 2 beschreibt. Ich bin mir bewusst, dass die Unitarier viele Argumente entwickelt haben, um diese wegzuerklären. Aber keines ihrer Argumente hält einer soliden, konsistenten Exegese stand. Noch können sie irgendetwas anbieten, das auch nur annähernd an ein Herz herankommt, das vor Dankbarkeit gegenüber Gott für sein eigenes, persönliches Opfer pocht und das vor Liebe zu seinem eingeborenen Sohn platzt, der bereit war, eine solche Selbstlosigkeit für uns zu zeigen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ja, das war der Artikel bis hierhin. Die ganze Übersetzung oder die englische Variante könnt ihr in der Infobox finden. An dieser Stelle möchte ich noch mal erinnern, was der Widersacher leugnen will. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Da geht es um diese Textstelle oder diesen Vers aus dem Koran an Nissa 171, wo es heißt, es liegt seiner Herrlichkeit fern, ihm ein Kind zuzuschreiben. Aber genau das, was der Koran hier an dieser Stelle leugnet, sollten wir als Christen von Herzen bekennen. Dass Gott seinen gezeugten Sohn, Jesus Christus, für uns gesandt hat, damit wir durch ihn gerettet beziehungsweise die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod haben. Genau dieser Vers wurde in einer Debatte zwischen zwei Muslimen und zwei Christen vorgelesen, um den Christen weiszumachen, dass Muslime an das gleiche glauben, wie Christen auch, was komplett falsch und zudem die Leugnung des wahren Gottessohnes ist. Versteht mich nicht falsch, aber es ist ein Unterschied zu sagen, Jesus ist der wahre Sohn Gottes oder nur ein Mensch, der erschaffen wurde, um für unsere Sünden zu sterben. Jesus gab für uns alles auf, um uns die Hoffnung zu schenken, die wir jetzt haben. Der Vater sandte uns seinen Sohn als Retter, der sich entäußerte, seine göttlichen Eigenschaften ablegte und Mensch wurde. Jesus war bei Gott als der Sohn, als der Anfang vor den Welten. Er, der am Ende der Tage seinen himmlischen Platz aufgegeben hat, um für unsere Schuld als Mensch zu bezahlen. Zum Ende möchte ich euch nochmals auffordern, alles zu prüfen. Denn jeder, der Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus von Herzen liebt, wird das ohnehin tun, um die Wahrheit komplett in sein Herz zu schließen. Für Fragen könnt ihr mir jederzeit per E-Mail oder in den Kommentaren schreiben, solange sie auf biblischem Fundament stehen. In diesem Sinne wünsche ich euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Prüft alles, das Gute behaltet. Nährt euch vom Wort, laut Matthäus 4, und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Amen.